Spät! Spät! Jetzt musst du das anschauen. Du hast Hilfe spoffen. Okay, das ist super geil. Awww! Congratulations, darling! Ich freue mich für deine Nomination. Das haben wir jetzt verkündet. Wie geht's? Alles gut? Hallo, Foxy! Hallo! Kannst du die Backstage ready sein? Dann wäre es super, wenn du mich nochmal ansagen kannst. Ich mache heute ein ganzes Ernst. Irgendwann habe ich ein bisschen Alkohol, die ich mir nur noch ansagen kann. Ja, so macht man es auch. Was isst du gerne? Ich will, dass die... Wie viel sind es? 900? Ich will, dass die mir alle ausbauen, damit es das normale JTRZ-Feeling ist, wie letztes Jahr, als ich als unabgewinnigter Vorakt von Hecht auf dem Oberplatz bin. Nein, ich komme jetzt ehrlich. Ist das so schlimm gewesen? Ich muss es suchen. Ich muss es heute oben auch am Mikrofon abspielen. Ich habe dich vergessen. Ja, ja. So ist der Joel von Mutzermacher! Ich habe dich vergessen. Hey, der Joel! Hey, der Joel! Das ist so ein cooler Sieg! Er ist so ein lustiger! Ja, das ist so ein lustiger. Ja, dann sehen wir uns nachher. Hey, tschau, Fans von Joel! Guten Geschmack, habt ihr? Arschlache, ey! So, jetzt müssen wir wirklich gehen. Das ist so ein lustiger. Aber das ist so ein lustiger. Aber das ist so ein lustiger. Kannst du mich einmal drehen? Kannst du mich einmal drehen? Ja. Ich habe echt ruckig. Geil, das ist so ein lustiger. Geil, das ist so ein lustiger. Du hast es noch nie gehört. Nein, Herr Rupp, ich habe mich nicht mehr gehört. Ich habe mich nicht mehr gehört, selber. Du wirst mich nur noch einmal noch einmal etwas anderes erzählen. Schwarze Mann! Genau. Ich bin noch einmal noch so toll. Ich bin noch einmal so toll. Ich bin jetzt auch gekommen. Oh, nur für uns. Ich freue mich mega, dass wir hier sind. Ich freue mich mega, dass wir hier sind. Blühst du einfach? Ich habe einen Kollegen. Der hat mir erzählt. Jeder hat erzählt Comedy Night. Live aus dem KKL in Luzern. Und da ist euer heutiger Gastgeber. Und da ist der Stefan Büsser. Hallo, Herr Rupp! Wow! Wir machen euch fantastische Kollegen. Schön, dass ihr da seid. Wir können alle miteinander helfen mit dem Platz. Oder? Platz? Geht sie? Hallo? Ja, ja, ich stand im Stau. Hoffentlich vor einem spannenden Schlitz. Hier hat euch Stefanie Berge. Schön, hallo! Schönen guten Abend! Ganz euch gut. Hey, ich bin so schön, dass ihr alle da seid. Ich habe wirklich gute Männer. Ich finde es schwierig. Ich habe ja viel probiert. Ich möchte noch an dieser Stelle sagen. Ich bin total stolz darauf. Auch ich habe einen Tänzer heute Abend. Ja, der Joel. Ach Gott, der ist so sexy. Also, jetzt machen wir das mal. Ich meine, jetzt mache ich das wie in Schlafistars in den Berat. Achtung! Die händische Morgen im Radio Helene, sie singt sich mal wieder. Warte bloß. Ich kann es nicht mehr hören, diese Scheiße, ich will nur meine große Welt zerstören Sag du mir nicht, wie ich mich fühle, ich spüre in den Ohren, mir ist so schlecht Ich könnte kurz und dreck jetzt den ganzen Tag Schleifung, einzig, ja, was ich mir war Melodieren auf uns, ich bin nur vorbei Wenn der letzteftefte từuje Tschüsssuuge, juhu Tschüss, duz, 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 duzda represents P香ro e the people Ängelbetrofe, nur mir im Himmel, der ist in Ruhe Die Engel, sie singen nur Er kommt immer mindestens zweimal nicht nur auf dieser Bühne Er war auch letztes Jahr schon dabei bei Jeter Rapazette und hat einen grossartigen Auftritt draussen auf dem Europaplatz begrüßt mit einem tausenden Applaus den Schoel von Mutzübächer Applaus 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 Dankeschön, vielen herzlichen Dank Es tut mir leid ich bin noch ein bisschen aus Rotem Ich habe jetzt Backstage den besten Sex in meinem Leben gehabt Wirklich, wirklich, sehen Sie zuerst etwas habe ich noch nie erlaubt, ich bin noch ein bisschen an Zeit Wirklich, vielen herzlichen Dank, Büssi Schwer Ganz toll gesehen, wirklich Er hat mich zu übertrieben, muss ich sagen mit dem Auftritt von letztem Jahr, ich bin mir etwas etwas anderes gewöhnt Kurz zur Erklärung, es ist toll, dass es jetzt eine Comedy Night gibt wo wirklich Komiker auftreten ein nach dem anderen und Menschen kommen die das wirklich gewöhnt weil letztes Jahr war es auf dem Europaplatz und da hat es die Konzerte zum Beispiel und da hat es die Konzerte zum Beispiel Und letztes Jahr hat Hecht gespielt und wir rufen SRF3 an und sagen Hey, wie war es wenn du vor Hecht so eine Viertelstunde Programm machst und ich denke, geil das ist doch, oder? In der Heimstatt von Hecht, alle drei und da kannst du zuerst noch richtig richtig absahnen und dann ist es so gelaufen, dass Michel Biri auf die Bühne gegangen ist, der Moderator und sagt, wer ist alles für Hecht da? Und der ganze Europaplatz rastet aus vor das Haus ziehen wirklich so etwas vor bereit und dann sagt er, ohne zu sagen was ich mache ich nehme es mal an, 99% haben nicht gewusst was ich nicht mache und da ist er, der Joel von Mutzenbecher und es ist wirklich wahr also ich kann es euch zeigen ich habe hier ich habe hier eine Aufnahme das ist wirklich eine wahre Aufnahme das ist die Reaktion, gesehen dort da ist der Joel von Mutzenbecher und darum bin ich mir eher so ein bisschen gebauen und gepfiffen gewöhnt darum, ich buche diesen Auftritt nochmal können wir das nochmal machen? Büssi, komm du nochmal schnell die sind viel zu nett gesehen die haben viel zu fest geklatscht viel zu fest applaudiert kannst du mich nochmal ansagen, ich komme raus und dann nachher die Bühne und die Pfeife wird das noch nie gemacht in meinem Leben dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich wieder heim auf was wo in Masel so steht meine Damen und Herren, da ist der Joel von Mutzenbecher jawoll jawoll ich zeige es euch Arschlöcher jawoll Wir haben den Abschluss! Wir haben den Abschluss! 1. Hei! Ich fang einfach ins Dunkle! Es ist auch so geil! I love it! Noch mal einer, der glaubt, dass der da flach ist! Ja! Wir gehen einfach raus! Hier durch. Wo sind denn die Scheinsteine? Ganz einfach. Ja! Ja! Ja, ja! Die Lampen schlagen. Hallo zusammen! Grüezi miteinander. Willkommen. Dankeschön. Schmeiss erst mal hier. Murz wäre eigentlich wärmer. Sollen sie reingehen? Schöpfen. Jetzt? Okay. Ich glaube, hier die Boxen sind. Wirklich? Das geht gut. Ja, ja. Mittlerweile geht alles. Hallo! Du bist du zwischendurch noch schön drauf. Lukas! Alright! So. Grüß dich. Hallo! 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 Hey, ich habe es schlimmer erwartet. Wirklich? Ja, ich höre es immer so. Achtung! Ab Tag 4 ist eigentlich nur noch mit Schutzmaske und was... Ja, du Montemora! Ja. Ich war jetzt mit Motorräker und einem Büssi-Wackstage. Wirklich? 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 Wie viel? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020